Vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2021 führen wir vom Auktionshaus Künker unsere Jubiläumsauktion 350 durch. Angeboten werden braunschweigische Löser von einzigartiger Qualität aus der Sammlung Friedrich Popken. Werfen wir einen Blick auf einige Raritäten. Dieser Typ ist als Julius-Löser bekannt. Julius-Löser sind die ältesten Löser, die es gibt. Unser Stück stammt aus dem Jahr 1588. Es zeigt auf der Vorderseite Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg in Rüstung mit Streitaxt. Um ihn herum sind vier konzentrische Kreise angeordnet. Darin sehen Sie die Symbole der sieben Planeten, die Symbole der zwölf Sternzeichen, die Titulatur des Herrschers und sein Motto. Die Rückseite ist noch interessanter. Auch sie zeigt zwei konzentrische Kreise. Darin steht, ich übersetze es ins moderne Deutsch, Neue Münze aus Heinrichstadt, nach dem vom Reichstag festgelegten Gewicht und Feingehalt, genannt braunschweigischer Julius-Löser, im Wert 8 Thaler. So genau wird der Wert auf einer Münze nur dann angegeben, wenn die Nutzer sie noch nicht kennen. Tatsächlich führte Herzog Julius eine neue Form von Geld ein, die ihr Vorbild in den norddeutschen Portugalösern hatte. Dies ist ein äußerst seltener halber Portugalöser des Herzogs Johann Adolf von Holstein-Gottorp, der zwischen 1586 und 1607 in Lübeck entstand, also ungefähr zur gleichen Zeit wie unser Julius-Löser. Dieses Nominal wurde ursprünglich in Portugal geprägt. Weil es sehr beliebt war, prägte man in Norddeutschland Münzen mit demselben Gewicht und derselben Feinheit. Rein äußerlich sind sie unserem Julius-Löser ähnlich. Sie tragen in einem oder mehreren Kreisen eine Wertangabe. Erinnern wir uns daran, dass es in der frühen Neuzeit zwei Sorten von Münzen gab. Schlechtes Kleingeld, das nur in einem beschränkten Bereich gültig war, und wertbeständige Münzen aus gutem Silber und Gold. Es gab einen Markt für wertbeständige, international nutzbare Münzen. Kunden waren bereit, ein erhebliches Aufgeld zu zahlen, um wertbeständige Münzen zu erhalten. 1573 brachte jeder Taler der Staatskasse Kleingeld im Wert von einem Taler plus einen Mariengroschen. Jeder Julius-Löser im Wert von acht Talern kostete zusätzlich zwölf Mariengroschen. Das bedeutete, bei weniger Prägeaufwand das anderthalbfache des Gewinns gegenüber acht einzelnen Talern. Julius-Löser waren also ein gutes Geschäft und deshalb eine einträgliche Möglichkeit, das Silber zu vermarkten, das die Bergwerke des Harzes den braunschweigischen Herzögen lieferten. Manche Löser weisen mit ihren Darstellungen darauf hin, dass sie aus Harzer Silber geprägt sind. Dieser Löser zu vier Reichstalern von 1625 zeigt den heiligen Jakob. Er ist als Pilger dargestellt und trägt den Wanderstab, den schweren Mantel und den Filzhut, wie ihn alle trugen, die zu Fuß nach Santiago de Compostela gingen, um das Grab des Apostels zu besuchen. Nun war Friedrich Ulrich, der Prägeherr, ein überzeugter Lutheraner, der nicht an die Macht der Heiligen glaubte. Sankt Jakob diente ihm lediglich als Zeichen, dass das Silber aus der Grube Sankt Jakob im Lautetal kam, wie die lateinische Umschrift sagt. Übersetzt lautet sie, Der Dreißigjährige Krieg hatte auch Auswirkungen auf den Ertrag der Harzer Bergwerke. Erst 1681 konnte die Grube Sankt Jakob unter hohen Kosten modernisiert werden. Die Braunschweiger Herzöge erhofften sich eine hohe Rendite, wie auf diesem Löser in lateinischer Sprache zu lesen. Übersetzt heißt die Inschrift, Du, gütiger Gott, wirst das investierte Geld wieder zurückgeben. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wollte man kein Bergwerk mehr nach dem heiligen Jakob benennen. Man taufte die Grube kurzerhand in Lautentals Glück um. Statt des heiligen Jakobs finden wir auf diesem Löser zu fünf Reichstalern aus dem Jahr 1685 eine Lautenspielerin. Dieser Löser zu drei Reichstalern entstand 1665. Er zeigt einen wilden Mann im Blätterkleid mit einem Baumstamm als Wanderstab. Die Darstellung könnte darauf hinweisen, dass das Silber aus einer ganz bestimmten Gegend des Harz kam. Die Braunschweiger besaßen nämlich eine Bergwerkstatt namens Wildemann. Allerdings steht der Wildemann ikonografisch nicht nur für diese eine Stadt. Er ist ein Symbol für die ungezähmte Wildnis. Die Braunschweiger Herzöge benutzten ihn als aussagekräftigen Schildhalter. Sie deuteten damit an, welche Macht ihnen die Silberbergwerke des Harz verschafften. Zu Füßen des wilden Mannes sehen wir eine Bergwerksszene. Links schieben zwei Bergarbeiter eine Lore voll silberhaltigem Gestein aus dem Stollen. Rechts drehen zwei Männer die Haspel, um so einen Eimer mit dem kostbaren Erz ans Tageslicht zu holen. Solche Einblicke in den Bergbau finden wir immer wieder auf Lösern. Hier sehen wir im Hintergrund eine bergige, bewaldete Landschaft, den Harz. Links und in der Mitte sind zwei zeltartige Göpel dargestellt. In ihnen befand sich ein komplexer Mechanismus zum Heben von schweren Lasten, der von Pferden angetrieben wurde. Die hier erzeugte Energie wurde mittels eines Gestänges übertragen. Rechts finden wir zwei Mundlöcher, die in den Stollen führen. Das Erz, das die Bergleute dort abbauten, wurde mit der Haspel rechts nach oben geholt. Im Hintergrund sehen wir eine Stadt, vielleicht Zellerfeld, wo dieser Löser zu zehn Reichstalern im Jahr 1638 geprägt wurde. Über die Bergwerkslandschaft reitet August der Jüngere. Das auffällig hervorgehobene Wort Tandem zu seiner Linken gibt uns einen Hinweis, warum dieser Löser entstand. Tandem heißt endlich und in der Tat hatte sich August der Jüngere mehrere Jahre gedulden müssen, bis der Kaiser ihn endlich als Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel anerkannte. Der Herzog feierte seine Standeserhöhung anlässlich seines Geburtstags im Jahr 1638 mit einem großen Fest. Aus diesem Anlass ließ er eine Emission von Lösern in verschiedenen Wertstufen prägen, zu der auch dieses Stück gehörte. Die hochrangigen Gäste erhielten als Gastgeschenk einen Löser von hohem Wert. Die weniger bedeutenden Gäste mussten sich mit einem weniger wertvollen Löser begnügen. Auch dieser Löser wurde anlässlich eines Geburtstagsfests geprägt. Er entstand 1666, als Herzog August der Jüngere seinen 88. Geburtstag feierte. Von diesem Typ werden in Auktion 350 vier verschiedene Wertstufen angeboten. Zu 5, 4, 2 und 1,5 Reichstalern. Doch das ist nur ein Teil der ausgeprägten Werte. Insgesamt kennen wir sieben verschiedene Nominale zwischen 10 und 1,5 Talern. Diese feine Stückelung war notwendig, damit jeder Gast eine Schaumünze erhielt, deren Wert exakt seinem Rang entsprach. Nicht nur Geburtstage, auch Taufen und Begräbnisse waren ein wichtiger Anlass, um Feste zu feiern und Löser zu prägen. Sowohl Löser als auch Feste dienten der Selbstdarstellung. Das illustriert dieser Löser zu vier Reichstalern, den Ferdinand Albrecht I. von Braunschweig-Bewern im Jahr 1670 auf den Tod seines Sohnes prägen ließ. Zwei Dinge überraschen. Auftraggeber ist ein unbedeutender Duodezfürst und der mit dem Löser geehrte, ein Baby, das wie viele Kinder im 17. Jahrhundert kurz nach der Geburt verstarb. Warum entstand trotzdem so eine aufwendige Prägung? Das ist einfach zu erklären. Ferdinand Albrecht war ehrgeizig. Er dürfte geplant haben, die Taufe seines Erstgeborenen zu nutzen, um seine Standesgenossen mit einem prachtvollen Fest zu beeindrucken. Als der Sohn vorzeitig starb, sagte er das Fest nicht ab, sondern machte daraus eine Totenfeier. So kommt es, dass ein unbedeutender Säugling mit einem Löser geehrt wurde, wie nur wenige einflussreiche Fürsten erhielten. Auch wenn Löser natürlich Geld wert hatten und im Zahlungsverkehr als Münze eingesetzt werden konnten, waren sie viel mehr. Sie waren der Stolz ihres Prägeherrn. So feierte Christian Ludwig von Braunschweig-Lüneburg sich selbst und sein Geschlecht mit diesem Löser zu acht Reichstalern. Das 1654 geprägte Stück zeigt das Welfenroß, das von der Hand Gottes mit Lorbeer begrenzt wird. Darunter sehen wir die neue Hauptstadt des Fürsten Zelle. Das Vorbild für diese Darstellung dürfte die Stadtansicht von Zelle sein, die Matthäus Merian im gleichen Jahr in seiner Topografie Braunschweigs veröffentlichte. Aber auch die mit solchen Lösern Beschenkten waren stolz. Sie bewahrten diese Schaustücke sorgfältig in ihrer Münzsammlung auf, um damit zu demonstrieren, dass sie den Braunschweiger Herzögen wichtig genug gewesen waren, um aus einem besonderen Anlass mit einem Löser geehrt zu werden. Es war eben schon in der frühen Neuzeit, die Königsdisziplin der Numismatik Löser zu sammeln. Wir vom Auktionshaus Künker würden uns freuen, sie ein wenig neugierig gemacht zu haben. Es wäre schön, wenn Sie an unserer Jubiläumsauktion 350 teilnehmen würden. Aufgrund der aktuellen Situation empfehlen wir Ihnen, telefonisch oder über das Internet zu bieten. Sollten Sie dazu Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. ... ... ... Vielen Dank.